ja hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge resident 7 letzte woche ist leider ausgefallen da war ich krank und die aufnahme hat auch irgendwas nicht geklappt aber heute machen wir weiter so und zwar erst mal ihr seht uns fehlt immer noch die hand alter alter so ich würde sagen wir sollen auf dem dachboden da werden wir jetzt auch gehen bevor unsere frau wiederkommt und sonst was mit uns macht und ich jetzt bin ich mal gespannt wie es hier weitergeht okay da haben wir letzte woche noch die sicherung rein gemacht vorletzte woche das ist auch eher so dunkel hier position eine waffe sehr schön okay erste hilfe brauchen immer sonst ist hier nichts jetzt weiter will ich wissen was hinter dieser tür ist die was man die waffe hier diese gruppen die kann ich so gar nicht ab solche die bringen machen echt angst jetzt muss doch was kommen oder position sehr schön so leute müssen wir hier lang ich glaube schon was ist das aber alter dieses spiel leute dieses spiel dort bekomme ich jetzt so hoch kann man springen in der familie was ist denn hier los tritt der sack uns einfach ins gesicht das hat er gesagt willkommen in der familie okay er muss ganz schön kräftig sein ein mann und eine frau tragen ein mann schleifen die haben gerade unsere hand festgetackert die ehefrau oder was auch immer das sein soll wo bin ich was zur hölle schlafmütze zeit fürs abendessen wer sind sie alle wo es mir ist das es ist gut der junge muss was es Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Geh weg damit. Oh, Mist, oh Mist, oh Mist. Er isst es nicht, er isst es nicht. Er hat das für ihn gemacht. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht, er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter. Was hat er denn mir im Gesicht geschnitten? Verdammt nochmal. Ich wette es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Der Kopf ist gut, da kann ich mal herkommen. Ist sie tot? Was ist jetzt? Okay. Ah, Stuhl kippen, okay. Sehr schön. Ist hier ein Messer? Der hat doch gerade ein Messer gehabt. Okay, kann ich nichts nehmen? Wir müssen hier weg, Leute. Ja klar, jetzt hatten wir mal eine Waffe und sie ist weg. Drei Männer auch Verkundungstour vermisst. Ach, das geht um das Filmteam, was wir schon vor ein paar Folgen getroffen haben. Ich gucke die uns an. Alter, Alter. Ich glaube, die greift uns bestimmt auch noch an. Nico Hardware, Säge, Seil. Okay. Okay. Sollen wir in den Kühlschrank gucken? Ja, kommt. Na, glaube ich, wir schließen. April, männlich. Schlank. Männlich, barbecue. Weiblich. Fleischig. Äh. Kraut. Das nehmen wir mal mit. Oh. Verschlossen. Okay. Irgendwas zum Aufmachen. Gibt es hier kein Messer in diesem verdammten Haus. Äh. Okay. Okay. Nikes. raus ich habe keine lampe mehr das auch nicht mehr ok fuck 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 ich glaube wir müssen wo der herr kommt lauf schlüssel schlüssel schläft schl § Oh, ich habe dich lesion. Weg bin ich. Fuck ey. Der haut bestimmt durch den Boden, was ist das, eine antike Münze, kann ich mir was verkaufen. Der kommt bestimmt irgendwie aus der Decke raus. Das ist schön, hier kann man schon mal speichern. Das mieft furchtbar. Ist das ein E-Mail? Okay. Ist das hier die Karte des Hauses, sehr schön. Ein Dietrich, sehr schön. Kann man bestimmt noch ein paar Tür mit öffnen. So, ist hier noch was? Aber Leute, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben genug Horror erlebt. Alter, unsere Frau hat uns wieder angegriffen mit der Kettensäge. Und diese komische Familie. Ich glaube, die werden wir bald noch kennenlernen. Schaltet wieder ein auf jeden Fall. Nächste Woche zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil. Ich freue mich, wenn ihr wieder da seid. Bis daheim. Tsssshh